Ah ah, Doug. Jetzt gibt's nur noch Sie und mich. Genießen Sie den Sieg, Mr. Miles. Solange Sie können. Desmond, wir müssen los! Da bist du ja. Komm schon. Hilf Lucy ins Auto. Tempo, Desmond. Wir müssen los. Du bekommst deine Chance, Desmond. Warren kriegt schon noch, was er verdient. Versprochen. Also was nun? Wohin gehen wir? Im Norden gibt's eine Hütte. Dort sollten wir sicher sein. Wenigstens für kurze Zeit. Ich muss nur die Bänder deiner Sitzungen analysieren. Herausfinden, was los ist. Und dann? Dann mal los. Ich habe dich angeschlossen. Wird ne lange Fahrt für uns. Ich dachte, du spielst vielleicht gern mit dem Animus so lange. Ja gut, aber erst hab ich Fragen. Ich mein, was war das in der Gruft? Was du gesehen hast, bestätigt meine Befürchtung. Die Templer sind nicht die größte Gefahr. Bei weitem nicht. Also dann, die Sonne. Was wird sie tun? Die Erde grillen? Ich weiß nicht, aber... Vielleicht... Es gab Spekulationen über eine Abschwächung des Magnetfelds der Erde. Eine starke Eruption könnte die Pole vertauschen und eine geomagnetische Umkehr verursachen. Wenn das passiert, rein theoretisch, könnte der Planet geologisch instabil werden. Sehr instabil. Das fällt eigentlich unter Pseudowissenschaft, aber irgendeine Katastrophe hat die Menschen der ersten Zivilisation erledigt. Und diese Frau, wie sie noch Minerva nicht, sie schien zu denken, dass wir auch eine erleben werden. Egal, wir sind am Arsch. Ich weiß nicht. Wir schauen uns weiter die Bänder an und du kannst deine Erinnerungen durchforsten. Vielleicht gibt es mehr zu entdecken. Okay. Am besten fange ich an. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020